Ich find's immer lustig, du findest immer raus, welche Leute Chatterino als Chatprogramm benutzen. Wart für ein wie? Ja, es gibt ein Chatprogramm, das heißt Chatterino. Da kannst du theoretisch in 50 Chats gleichzeitig sein, aber halt nicht während des Videos abspielt, sondern nur im Chat sein. Was? Und ich hab ja extra immer so den Großteil von den Leuten mit VIP gekennzeichnet, dass wenn ich in meine Benutzerliste guck, ich theoretisch seh, wer bei mir lurkt. Und zum Beispiel Lilly ist da komplett breit gefächert, was das angeht. Wenn Lilly live ist, die kann fünf Wochen irgendwo nicht geantwortet haben. Aber wenn Lilly live ist, steht sie bei mir als Lurker in der Liste, weil sie mich in Chatterino offen hat, noch irgendwo im hinteren Tab. Ja. Wow. Was ist denn? Ja, Freunde, ich starte, da war eine geile Runde. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Das wäre lustig, Schnurde, ja. Wäre auch lustig, wenn wir den zweiten Boss erreichen. Äh. Okay, let's go. Eskoll, danke für 16 Monate. Das ist so geil, Alter. Holy shit. Wir sind in der Tief. Oh, ich hätte schon sehr Bock auf Asiatisch essen, ne? Bin ich ehrlich. Katze und Schall. Okay. 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 tun ist dort wir haben camouflage drin schei kommt von oben von der leiche hallo ich war übrigens in der trap also vor über zehn sekunden war schon einer tot habe ich gesehen an lifelines ich weiß gerade nicht wer ja der ist vor 13 sekunden gestorben ungefähr wer wer tun das müsste marie gewesen sie hat es nicht gemerkt sie hat es nicht gemerkt sie hat es nicht gemerkt zeitlich also ich sagte nicht dass das bait frisch sein muss das weiß ich nicht aber ich war vorher an der rakete da war faro mit mir dann sind wir bei lab rein faro stand dann mit jemandem der irgendein viech hat das fliegt so ein schmetterling oder so das ist faro faro du hast ein pad dann stand faro da halt alleine ich habe gescannt und habe nur gesehen dass das da lang gelaufen ist ich weiß nicht ob faro ja genau ich weiß nicht ob faro also einer ist runter ins specimen gelaufen ich weiß das bin ich okay ich würde faro generell als killer komplett rausnehmen also sehr safe faro sehr safe zwei kills charles und zwei böse ans maggie nimmt komplett faro raus für alle kills komplett ganze runde würde ich faro rausnehmen hundertprozentig finde ich auch also smaggy hat mir damals auch in minecraft vier eisenäuhr gegeben ich würde sagen der ist unschuldig ja also wer ja auch überhaupt nicht verdächtig ist ist faro ja der hat nichts gemacht der hat auf jeden fall nichts gemacht ne keine ahnung also thun liegt schon länger da und shoshi müsste relativ frisch sein das deckt sich nicht mit der story die ich mir ausgedacht habe tut mir leid bei mir ist zuerst thun gestorben und dann shoshi ne ich habe ja gerade die leiche schon also ich bin rausgelaufen aus dem lab hatte den report button bin dann wieder zurückgelaufen und dann habe ich im bohrerraum geguckt und da liegt thun ich habe auch noch eine wichtige info also faro faro war es nicht beide kills raus faro ist ganz ganz was hat er erste gesagt ich habe es nicht gehört da hast du gesagt ja faro auf jeden fall war er es nicht okay nicht der war es definitiv nicht julie war es hunderbruch tschüss hi julie hat es halt nicht gemerkt ne julie hat es halt nicht gemerkt ja also wir haben uns jetzt extrem früh die rolle geholt dasha hat sich verschifftet dasha hat sich verschifftet also wir haben uns jetzt sehr früh die rolle geholt die rolle geholt hm hallo der der schade sich übrigens verschifftet und er hat war geklint schon sagen der kiel ist ja drei sekunden möglicher schiff ich glaube dass knechte böse war festhalten dass terst richtig krass fahrhof verteidigt hat und ich fliege dafür ja immer nicht jemanden also finde ich nur recht moment das ist der erste hat ihn aus dem ihm rausgenommen weil es magi ihn so komplett lost rausgenommen hat für alle nicht lost jetzt fliegst du auf mit deinem play also der erste hat nur gemimt ja ich habe eigentlich nur gemimt das ist eigentlich nur bullshit was ich laber aber okay ja ja jetzt ist eh zu spät also jetzt gehe ich spätestens nach dem meeting wieder drei worte danke wie wie nein das war doch nur mit nein niemand wurde terst du ich würde interessieren also ich würde wieder in der runde auf faro wieder sehr stark rausnehmen ja ja jetzt finde ich ihn auch sass jetzt das gebe ich auch zurück an terst du war terst du ist im office ich würde feine tatsen zu 100 prozent für alle kills das ist nicht im office ich war auch bei im tv zusammen alle in der medley faro hat gerade gelogen ich bin nicht im office diese runde hat die knechte getötet der hat doch den bild erwischt ja die hat den bild erwischt also leute deswegen skippen wir jetzt ja nö ich wollte ist das normal das revie hör auf zu trollen smegi sonst fliege ich raus ja ich wollte dir den tollen knoblauch da zeigen nein skippt sonst fliegt juli bitte skippt ja knoblauch ist gut ich hab geskippt oh wildherste die hat niemand außer mir gewotet danke danke euch ein wildherste und einer wotet faro obwohl der so rausgenommen wird ja das ist faro selber der findet sich selber jetzt das die silvers aus freunde äh scroll vielen dank für den resub im 16. monat ne danke dir äh ja also jetzt ist aber hier ähm ist aber land land geht unter ne ähm jetzt müssen wir gucken das ist auch brutal schlecht jetzt ne warte mal katze oder vivi könnte der camo äh der trapper sein ne ach ich kann eh nicht gessen ist eigentlich sinnlos wir können aber jetzt katze oder vivi töten damit wir die infos verschleiern wieviel liegt im office terse und ich waren in der trap in electrical jetzt ja der killer ist unten in admin reingelaufen also in den in den vent die sind sehr zeitnah gefallen die kills ist da nur eine leiche oder sind da zwei eine ich hab nur eine leiche gesehen tatsächlich wo ist die andere keine ahnung es sind drei sekunden zwei drei sekunden ja also terse ist auf jeden fall ein killer weil faro faro ist richtung lab gelaufen und terse ist richtung office gelaufen ne das ist gelogen das gilt das ja 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 richtung office bin ich gelaufen ich stehe in comms hallo hallo ich stehe in comms ich mach den upload wie ich bin in richtung office gelaufen aber wo war denn julie ich bin ein specimen also für mich ist ist maggie auf jeden fall sass weil ich denke ich kenne seine rolle ähm terse ist für mich relativ sass äh relativ relativ safe würde ich sagen für mich ist julie der letzte killer auch er wollte mord ist für mich auch safe also eine sache eine sache muss ich jetzt leider callen äh in der ersten ohne sagte julie sie steht am ende an der lifeline ja und da ist ja eine sehle nicht am ende terse nicht am ende aber in der zweiten runde war auf jeden fall an der lifeline ein kill okay war ich nicht also am borer war einer und an äh an der lifeline und julie war da aber julie kurz bevor du in der wend gesprungen bist hast du deinen schuh verloren moment das geht gar nicht das kannst du gar nicht wissen das kann ich wissen ich kann nicht sagen die letzte die letzte kill den vermutlich auch knechte gemacht hat war in communications also mehr sag ich jetzt nicht ne 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 du bist in dem falschen äh meeting die runde davor ja ja eben du ne volle mord das geht nicht julie halt dich fest du fliegst das runde zu Ende ich find ich find faro viel saß da ich glaub nicht dass das richtig war glaub ich auch nicht also wir sind jetzt noch vier ne ja die sind halt alle gegen mich ne die sind halt alle gegen mich jetzt ist jemand tot nein okay scheiße kannst du call nicht weiter deine rolle ich weiß dass voldemod den kill gemacht hat die runde davor ich dachte ich hab dich getrackt aber ich hatte voldemod getrackt was ja punkt ich glaub nur nicht dass du trackier bist smegi warruf ich glaub auch nicht der button war gut das kann gar nicht sein smegi ich bin anti-tippe du bist mir letzte runde gar nicht begegnen ich bin ich bin chameleon ich stand neben dir wir sind beide in den lab wieder gestartet das ist auch der labermüll der labermüll ich bin hier noch durchgestartet faro was denkst du ich hab keine ahnung ich wär auch eher bei volde aber ich will jetzt volde ist für mich safe faro du sagst mich wirklich das ist smegi der erste oder smegi einer von euch beiden muss es sein ich kann ich kann ich dachte ich kenne smegis rolle würde ich ähm die erste worte faro ich kann nichts mehr über meine rolle sagen ich hab letzte runde richtige also ich hab richtig krasse infos gegeben wenn ich jetzt mehr sage werde ich noch gegessen also julie war auf jeden fall richtig und knechti wir haben ein killer drin sonst hätt die ja impostor auch schon gewonnen also rolle was sagst du ich äh was smegi labert ist bullshit komplett smegi hast du jetzt volde gewartet ja ja ich hab volde gewartet äh gewartet dann volde ich smegi das ergibt keinen sinn faro weil volde ist mich safe bist du bruder bist du jester hab ich dir dein gameplay aus was den kaputt gemacht ne bist du leuer ich glaube dass du die wirklich böse war ich hab smegi gewartet das war absolut falsch ich bin detektiv gewesen also wieso callst du deinen track ja gewonnen ja aber dann sag das sowas nicht hallo ja gewonnen es ist der win freunde hallo youtube hopp ja 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 Jawohl, das ist auch böse. Ah! Ah! Jetzt hat er mich so... So hat er mich jetzt... Ich war's nicht. Ich glaub nicht, dass du's warst, der Erste. Ich war's nicht. Komm, wir machen jetzt Duell. Wir machen Duell. Zeit für einen... Du hattest den Reaktor an, hallo? Die nicht Duell. Kannst du gessen? Ja. Komm, wir machen jetzt. Wow! Ehrenlos! Oh nein! Ich hab schon geschnallt, was Faru war, bevor... Ja, ich wusste, dass du böse bist halt, ne? Kann ich festhalten, dass Terste böse war? Ja. Er war aber tief, ja. Und Maggie war nicht böse, aber hat mich trotzdem rausgevotet. Er war tatsächlich nicht absichtlich. Tut mir leid. Maggie, schäm dich. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich bin einfach auf den Gästen. Komm. Hallo YouTube. Freunde, wir haben verloren. Freunde, wir haben verloren. Hallo YouTube. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Runde. Oh, das war ja richtig knapp. Oh, ne. Freunde, an der Stelle lasst gerne ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Äh, ansonsten, äh, auch bitte, wenn ihr keinen Bock habt. Ja, morgen 16 Uhr neues Video. Ganz, ganz viel Liebe geht raus an euch, ja. Dickes Küsschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal an. Ich bin sprechen im Jahre alt. Jetzt aber auch noch martyrs. Ин essayin, wenn es euch nicht weiß, Cordes Küsschen nicht wäre. Tief,ottes Küsschen nicht vermutet in den kleinen Anstrahlen. Es ist nicht das? Ich bin einfach da.